hallo meine fremse kommen wir jetzt neuen video er ist ja heute geht es mein oster spezial special part 5 ich wünsche viel spaß bei diesem video den link lasse ich euch in der video geschaut und dann ja da mögen wir jetzt beginnen vor ostern und ja viel spaß gut feiert schön und ja lange wochenende kommt ja gleich bald gut 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 so ne gemalt bei playlist nein ich habe das ganze schon vorbereitet dann ist es wenigstens alphabetisch geordnet da muss man nicht lange suchen das könnten wir nehmen wir haben vieles so eigentlich so lange gehen wie ja das part 5 sein nicht so lange gehen wie das 3 und 4 das ist zwar noch nicht hochgeladen aus soll ja nicht so lange in der zeit ist ja gelten ok 55 videos extra vor zwei tagen aktualisiert da habe ich irgendwas gemacht dass wir mal hier verwenden zwischen das und das ihr euer dingen sonja viel spaß beim anschauen und ja viel spaß gut wunderbar gut wohl plugin was ich der jahr ist doch wissen dass ich das gebrauchte deshalb keine finanze vor demnehmen ein bisschen was du sollst du nun mal hier koß du wir willst du schaust dein jahr oder bergst du schaust ich bin noch besser du sollst du Hilfe Eine Mischung zwischen T-1000 und T-800, deswegen RALPH-9. RALPH-9 Knapp, Alter. Ordentlicher Crash, Alter. Wer uns gefällt, schreibt mir in die Kommentare. Lasst euch euch in der Videobeschreibung drinnen. Ich habe noch nicht die DVD davon, aber es soll ganz gut sein. Film, voll viel eingespielt von den Dollar her. Ungefähr 6,9 Millionen Dollar. Das ist ein ordentliches Summe. Jo. Manche Leute können auch nicht anklopfen. Einfach mitten in der Präsentation, wenn man gerade etwas aufnimmt für sein Dings, Kanal. Ja. Total schön. Aber naja, ich häng mich da nicht auf. Schau mal wegen vor, dann kommt hier keine Action mehr. Ja. 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 Weg. Ja. Da ist keine Ahnung. Ja. Das ist unsere Korte. Was ist es für die Ahnung? Ja. Ja, du musst es geben. Warum hat er das gemacht? Oh Gott, wir müssen gehen, denn er stirbt für nichts. Na ja, so oder so, ui. Rev 9, oder Rev 7, ne. Jetzt kommt die Sarah Connor, boof. 5, 2, 1, 0. 5, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. naja wenn es halt gefällt in die kommentare schreiben dann kommen wir jetzt zum nächsten und zwar 5 minuten 16 und zwar t 800 pops versus t 3000 terminator genesis 5 minuten 16 und ja viel spaß gut 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 wunderbar funktioniert doch nicht so ein wenig vorspulen oder das ist ja so zack naja so oder so kack werbung das kommt ja auch immer dafür zahle ich auch hier monatlich cash ne unnütz aller guff tschum 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 So oder so, ne, ja. So oder so, ne, ja. Ja, zwischen 4 und 6 ist es der fünfte Teil, ne, der Chin ist es, ne. So oder so, ne. Oh. So. Puff. Spur ich mal wegen vor, sonst dauert das Video wieder zu lange, ne. Na ja. Boom. Puff. Eine um weniger. Puff. Oh Mann, ist es geruckelt. Nervt manchmal auch. Bei der Übertragung. aber naja eigentlich ganz okay und das für ein oster spezial special part 5 ist es eigentlich gar nicht mal so verkehrt das muss ja laufen auf jeden fall wenn das nicht läuft dann kann ich ja däumchen oder pizza essen habe ich mehr davon aber naja wenn man schon zeit hat sollte man die benutzen Das braucht keiner, zack. Naja. So, das Zoom muss ja laufen. So, dann kommen wir mal zum nächsten. Bevor es wieder langweilig wird. Blöd, haben wir noch irgendwas? Ja. Ja, 3 Minuten und 18, und zwar All Chasen On Masked, 3D-230, New New Version. Und ja, 3 Minuten und 18, das sollen wir hier verwenden. Und ja, viel Spaß, gut. Viel Spaß beieinander schon, ne? Gut, 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 gut. Na, hallo. So. Oh, funktioniert mal, ne? Wunderbar. Neu, jeden Tag neu. Ja. Können wir mal ein wenig lauter machen, ne? Part 2 von 81, ne? Part 3 von 82, dann ist der 4. von 83, ne? Ne, 84. re-tro. Geferbt, heißt das eigentlich, auf deutsch übersetzt, ne? Es Bahn Double. Heißt der Abonnent, glaube ich, den ich auch abonniert habe, ne? Und der auch mich abonniert hat, ne? Danke nochmal an alle meine Freunde, Bekannten, Arbeitskollegen und Freunde, dass er mich ein tolles Feedback gegeben hat für die ganze Letzte. Part 6 Part 8 Part 9 Naja, wenn es heute gefällt, ne? Danke nochmal an alle meine Abonnenten, Bekannten, Friends, Family und so weiter und so fort, dass er mir ein tolles Feedback gegeben hat. Da bedanke ich mich nochmal sehr. Liked und abonniert meinen Kanal. Mein Kanal ist ja immer auf online und ja, liken und abonnieren. Das ist immer das, was ich ja meine, ne? Okay. Ja. Haben wir bestimmt hier noch was, ne? Können wir hier das nehmen, ne? 4 Minuten 48 und zwar Unmasked, Chasing War Hears, Evolution, 3 Day to 13. Das soll man hier verwenden und öffnen und ja, viel Spaß. Gut. Gut, 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 gut. Wunderbar. Was denn jetzt? Funktioniert es mal wieder nicht. Da ist doch nichts. Was ist denn das für eine Kacke hier? Ja, funktioniert nicht. Dann nehme ich das andere. Haben wir bestimmt noch irgendwas, ne? Hm. Hoa. Nehmen wir das hier, ne? Und zwar 3 Minuten 39 und zwar Eber, Jason, Unmasked, 1980 bis 2017, Movie End, Streikstrich, Freitag, 3 Day to 13. Das wollen wir verwenden und öffnen und ja, viel Spaß. Gut. Gut. So. Ich hoffe, das funktioniert, ne? Oh, das funktioniert ja wunderbar. Tun wir ihn gleich mal abonnieren hier. Und so einfach, wenn der irgendjemanden abonnieren wollte und so geht er erstmal hier drauf, zack, und geht dann hier auf die Glocke und dann kriegt er alle die Benachrichtigungen, ne? Zack. So, schauen wir mal. Wo ist er denn vor, Schwulen? So. Dün, dün. Masked and Unmasked. Maskiert und Unmasked, ne? Also mit und ohne Maske, ne? Der Originale, ne? Von 80, ne? Das ist ganz gut, ne? Und von Part 8. Ja, von Freddy vs. Jason, na klar. Aber da wirkt er eigentlich weniger behinderter als in den anderen Filmen, ne? Da sieht er ja eigentlich als Kind noch ganz normal aus, außer das Auge, ne? Das ist ja ein wenig deformiert, ne? Deformiertes Gesicht, Machete, ähm, oh. Ja. Film und Spiel. Das Spiel habe ich ja, ne? Kann ich nur kurz mal zeigen, dass ich das Spiel habe. Hier, das Spiel habe ich, das ist ab 18, das ist ganz okay, das hat viel zu bieten und, ja. Da mache ich vielleicht auch noch ein Video mit den, äh, fünf besten, äh, Xbox One-Spielen und, ja. Ja, gut. Hier sind noch ein paar Bilder. Eigentlich ganz gut kamen mich, äh, fast 40 Euro oder habe ich nur 20 Euro zahlen müssen, wegen meinem Amazon-Gutschein. Aber, naja, ganz gut, kann man sich nicht beschweren, ja. Es war ab 18, aber, naja, das ist ja okay. Film und Spiel, gut. Movie heißt Film und Game heißt Spiel. Also, Versus, ne? Dream Royal. Dream, Dream heißt, glaube ich, Traum und Royal heißt, glaube ich, der Typ, der den Arts spielt, ne? Ja. Ja. Na ja, kann man so oder so sehen. Jetzt ist es der Part 6, ne? Gott, sehr blöde Benachrichtigung hier. Ja. Das ist Part 7, ne? In Tönio Blatt. Aber ganz gut, ne? Ja. Der merkt man schon, dass er wirklich ein Zombie ist, nicht mal ein Mensch. Erst war ein Kind, dann wurde er zum Mann und dann wurde er zum Monster, also zum Zombie, ne? Hier, guck. Zombie, Zombie. Naja, so oder so. Movie Game. Der gibt es, glaube ich, nur von diesem Game, das ist unmaskiert, ne? Movie Game. Er will. Denn eigentlich wird er in Tönio blöde, so. Da sind sie irgendwie... was das aussieht die neue verfügung jetzt zum nächsten mal hier noch mal das ding erwecken was sonst kriege ständige benachrichtigungen ich brauche ich echt nicht nur das letzte und zwar was könnten wir da noch nehmen ja ich bin auch gerade überlegen was ich jetzt noch nehmen kann oder verwenden kann das bestimmt nicht ja zwei minuten 23 und zwar terminator genesis 2015 pops versus t800 sense 1 und 1 das wenn wir hier verwenden und öffnen und ja viel spaß gut 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 4k display die zeit ist gut ist knapp bei 20 minuten wieder das ist gut das wird wahrscheinlich auch wieder so lang werden wie das andere und ich kann mich eigentlich nicht beschwören bei 4k display das sticht das grün und das rot und das gelbe und das blau und das lila echt voll raus da kann man sich eigentlich gar nicht beschwören wer sich beschwört hat keine ahnung von techniken aber naja das wenn wir hier verwenden und öffnen und ja viel spaß und gut 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 wunderbar funktioniert noch jetzt gibt es das 1 und 1 frühlings special das neue samsung galaxy s 20 kostet ja nix ne und verkaufbare stylen da so spiegel hallo spiegel wieder total jeden film alter zurufe ja eine zu ich glaube ich die junge sarah connor bei die original sarah connor so irgendwie abgeteucht ab Den ersten und zweiten Teil hat sie mitgespielt und den sechsten Teil aber zwischen drei und fünf hat sie irgendwie nicht mitgespielt und ja... Pause gemacht oder in Rennen gegangen... Ha! Kann sein muss aber nicht, ne? Spoiler ich den ganzen Film, ne? War nicht schön, ne? Hohlmantelgeschoss, ne? Bei den normalen Kugeln treten ja wieder aus und das ist ja ein Kohlmantel geschossen, das geht ja durch Metall auf. Naja, oder sagt man das eigentlich so, Hohlmantelgeschoss, weil es geht ja auch durch Wände und Metall. Eine normale Kugel wie 922er oder P9 oder Galaschikov, die gehen ja wieder raus, aber das ist ja auch Hohlmantelgeschoss, das geht durch Metall und durch Meton. Okay, gehen wir mal wieder raus, zack. Gut, der passt, aber wir wollen ja weitermachen. Okay, gut. Gut, genau, gehen wir gleich hier rein und zwar 16 Videos, Computer und Spiele, zwischen das und das hier, das wollen wir verwenden und öffnen und ja, viel Spaß. Gut, 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 so, die gehen wir mal rein, ne? So, ich musste kurz wieder was kluckern, ne? Oder trinken, ne? Das Wetter macht hier einen voll verrückt, aber naja. Okay, was haben wir jetzt hier zu bieten, ne? Wir haben bestimmt viel Lütz. Ja, gut, viel haben wir hier nicht, sind zwar nur 16 Videos, aber kann man vielleicht was verwenden, ne? Ja, 25 Minuten 12 und zwar Star Wars Offline Battle, das Originale von 2.0, das ist hier, das ist das zweite Spiel und das ist das erste. Okay, Star Wars Offline Battle, das Originale, das wollen wir hier verwenden, 25 Minuten 12 und ja, viel Spaß. Das ist gut, gut. Wunderbar, funktioniert doch. Original Battle, Offline Battle. Brauche ein wenig Vorspulen und da gibt es da noch was. Geschwindigkeit mal wieder toll, ne? Das war da auch ganz schön geaufruft, ne? Da können wir jetzt mal schon, wie viel Aufrufe das hat. Ja, mal sehen wir kurz wieder raus. Okay, hochgeladen, das ist am 31.10.2019 mit vier Aufrufen. Das war letztes Jahr Oktober, das war ganz okay, da kann man sich eigentlich gar nicht mal beschweren. Und ja, die anderen sind ja hier auch in der Playlist vorhanden, ne? Ja, zack. Ein bisschen Action muss ja sein, ne? Die Qualität, ey, ein bisschen verpixelt, aber können auch an der App gelegen haben, weil ich habe jetzt die Einstellungen zurückgesetzt, jetzt ist das ultra scharf, Alter, ne? In 4K-Auflösung, ne? Oder Full-HD, keine Ahnung. In der U-HD. Ah, grausam. Die Bewegungen. Na? Kommt ihr noch was? Jetzt, ey. Ja, das ruggelt und ruggelt, ey. Sogar noch originalen Luftdruckler, ne? Jetzt haben wir auch schon eine neue Version bei diesem Spiel oder ein paar Mal aktualisiert, ne? Hat sich das Ganze und deswegen ist es jetzt ein wenig neuer, als das hier, was angezeigt wird, ne? Aber na ja, können wir hin. Mann, scheiß Qualität hier. Ja, automatischer 480p, dann machen wir es ja 480p, dann wird es ja nämlich geiler. Naja. Wen es heute gefällt, das soll es mir in die Kommentare schreiben, ich bin ja immer online, ne? Okay. Ja. Dann kommen wir jetzt zum nächsten und zwar 30 Minuten. Ne, warte mal. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten, ne? Und zwar 54 Minuten und zwar Freitag um 13. Online-Kills, das Originale von 1.0 und 1.1, was ich noch... Ja, stimmt. Das wolltest du auch noch hochladen, das 1.1er, ne? Und das kommt noch ein neues Freitag und Dingens noch dazu, weil ich habe mir noch was überlegt, ne? Du machst ja jetzt schon das 1.0 und 1.1, ne? Könnte es auch genauso wie der Abonnent Play by Jason, ne? Den ich abonniert habe, wo ich immer neue Aufrufe und Videos von ihm bekomme, dass ich vielleicht das auch so wie ihn machen würde, dass ich so Part 2, Part 3, 4, 5, 6 und so weiter und so fort, dass ich nur einzelne Schnitte, entweder 1 bis 6 Schnitte aufnehme, die zusammenschneiden, und dann hochladen. War ja auch noch eine Überlegung, aber naja. Das ist das Originale, Online-Kills und hier ist es 1.0. Wir nehmen jetzt erstmal das hier und zwar Freitag um 13, Online-Kills, 54 Minuten, euer Dingens und ja, von mir ist, wenn wir uns anschauen und verwenden. Und viel Spaß. Wunderbar. Wunderbar. Der ist die Qualität ein wenig besser und da ruggelt es auch schon mal weniger. Schauen wir mal. Laptop-Spiegel total. Können da auch an YouTube legen, dass es so ruggelt. Und das ist so verkörnig ist. Weil ich habe das hochgeladen, da war es extrem scharf, Alter. Aber, ja. Das Spiel ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne. Wenn er ist schon in der 28. oder 29. Stufe, ne. Keine Ahnung, ne. Aber, es läuft ganz gut, ne. Mittlerweile habe ich schon Part 8 frei, Part 2 frei und, ja. Erstmal nix, ne. Aber, naja. Ich bin außerdem auf das Beenden, auf Aufnahmebeenden gekommen und deswegen war es mal kurz weg. Aber, ja. Ich habe auch nicht gesehen, dass ich aufs Pferd gekommen bin und auf die Aufnahmeanzeige, ne. Ich, naja. Passiert. Wir sehen. Zusammenschneiden bringt eh nix. Hm. Das ist auch lecker. Da kommt ja nix Gespannendes. Aber. Naja. Wen es heute gefällt, der soll es mir in die Kommentar-Dinge schreiben. Ja. Ja, ich bin nämlich kurz auf diese Aufnahmebeenden-Taste gekommen und deswegen war es mal kurz weg. Aber, nicht so schlimm. Das kann ja mal passieren, wenn man Videos macht, ne. Okay. Löt. Dann kommen wir jetzt zum nächsten. Und zwar Star Wars Offline Battle 2.0. Das zweite. Und zwar 18 Minuten 2. Das wollen wir hier verwenden. Und ja. 18 Minuten 2. Ne. Ja. Es ist jetzt das zweite zwischen das und das hier. 18 Minuten 2. Star Wars Offline Battle 2.0. 18 Minuten 2. Das wollen wir hier verwenden und öffnen. Viel Spaß. Gut. Wunderbar. Funktioniert doch, ne. Da ist es schon ein wenig neuer als das andere, ne. Kommentare haben wir keine. Das ist gut. Ja. Hochgeladen. Um 26.01.2020. 8 Aufrufe. Das war dieses Jahr. Äh. Januar. Und ja. Das andere war ja letztes Jahr und das 2.0 war ja dieses Jahr. Ne. 26.01.2020. Ne. Ne. Also heute vor drei Monaten. Also Januar. Ne. Das war ganz nice. Wurde auch geaufruft. Ne. 4 Aufrufe. Ne. 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 Von der Karte. Nee. Das ist schon ein wenig besser, ne. Stimmt, da hatten wir noch in unserer WG noch kein WLAN, kann vielleicht auch da gelegen haben, weil wir kein WLAN hatten, dass die Verpixelung mehr aufgetaucht ist, als wenn wir WLAN hatten. Ist ja das, was ich ja meine, aber naja, kriegen wir hin. Naja. Naja. Stimmt, beim Aktualisten hatten wir auch dann neue Charakter, ne, von Teil 9, was ja jetzt hören auf DVD wahrscheinlich bald rauskommen würden, ne? Wie der hier, der Luftdruckler und diese Agent-SBI-Agenten oder wie die heißen, ne? Da kann man sich eigentlich nicht beschweren, das war eigentlich ganz gut. Komm, ich hab nicht ewig Zeit, hopp. Ja. Und das für ein Osterspezial-Special Part 5 ist es eigentlich gar nicht mehr so schlecht, ne? Oder verkehrt, ne? Kann man sich eigentlich nicht beschweren, ne? So oder so nennen, ne? Gut. Naja. So, dann kommen wir jetzt... Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu, okay, 50 Minuten 37 und zwar Freitag der 13. Online-Kills 1.0. Das nächste und ja, 50 Minuten 37 und ja, das werden wir verwenden und öffnen. Viel Spaß. Wunderbar. Gut. Okay, hochgeladen am 31.03.2020, 13 Aufrufe, das war ganz gut. Ja, da kann man sich eigentlich nicht beschweren, ne? Zack. Da sieht man nix. Muss man schon mal sehen können hier, ne? Oh ja, der Kill. Dann tun wir mal kurz weg, das brauchen wir nicht sehen, ne? Ich weiß dann nicht, wie es dann wieder mit GEMA und Uhrrechtsverletzung ist, wenn wir mal sowas hier präsentiert, aber na ja. Muss ja nicht sein, ne? Zack. Das ist jetzt der Part 7, ne? Der ist auch ganz gut, aber ein wenig vermodert und knochig und brüchig, ne? Aber na ja. Naja. Das ist jetzt der Part 8, ne? Habe ich ja auch schon mittlerweile freigeschaltet, ne? Ich glaube, das liegt wirklich an dieser blöden Qualität, das ist ja voll rogeln, ne? Ja, machen wir halt 720p. Ich finde das WLAN eigentlich nicht so schlecht, aber wenn es dauerhaft rogelt und... ist es schlimm, das ist schlimm, ne? Aber na ja. Kann man nichts machen, ne? Man kann das Beste immer daraus sehen und ja. So nehmen, wie es eigentlich ist, ne? Na ja. Puff. Allmacht quer durch die Tür rein, so zack. Naja. Puff. wenn es euch gefallen hat likes oder schätzen wenn die kommentare hier oben rein naja die unterfläche ist total schöne aber naja ja ok das letzte von der playlist und zwar 18 minuten 3 und zwar star wars offline battle 2.1 18 minuten 3 das man noch verwenden und öffnen und ja viel spaß gut 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 wunderbar funktioniert doch eine alledessen scharf das 2.2 ist auch schon fertig mit bar mit filmen und ja waren sie mal kurz das wetter macht ein verrückter aber man musste ständig trinken und ordner gut ist es aus offline battle 2.1 der 2.2 ist auch schon fertig mit filmen und bearbeiten und ja wird auch noch in der video beschreibung wiedergeben werden und ja mal schauen wie man das so zeitlich hinbekommen da wir haben ja jetzt viel zeit aber ich habe ja noch was anderes zu tun außer kanal und videos produzieren hochladen die playlists hinzufügen und fertig na naja da merkt man dass die qualität ein wenig besser ist damit die kamera aber uns mal uns scharf wird das ist normal ist sie ganz fokus weil die es denkt es bewegt sich der boss da muss ich eigentlich nur das bild bewegen naja qualität ist echt in internet geschwindigkeit ist total marschall hat deswegen ist es auch so unpixel ich ne naja ich sag schon mal fortsetzlich tschüss euer heißer gedauere 906 ein oster spezial special part 5 wenn euch das video gefallen hat dann lasst es mir in der video beschreibung und ich lasse euch ein abo in der video beschreibung drin dass ihr euch das anschauen könnt auch das original partner der erste zweite und dritte teil dass ihr euch alles in der video beschreibung drin und ja dann kommen wir jetzt der letzten playlist bevor wir dann wieder schluss machen und über naja so das letzte was könnten wir da noch verwenden das lüge und freizeit zwischen das und das mit elf videos dass wir mal hier verwenden und öffnen und ja viel spaß gut 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 wunderbar läuft doch ne das letzte was hundertjähriges ne vorletztes jahr noch nicht ne da bin ich ja auch offiziell mit dem kanal angefangen danke nochmal für das zwei jahre outtags spezial special ne fragt den heißer gedauere 96 ne der kann man drehen wackel 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 aber gut ist leicht die kamera so halten nach oben dann kriegst du ja irgendwann steifen arm oder nacken an kopf ich habe keine ahnung keine ahnung naja gute zeiten gibt es ja dieses jahr wegen corona gefahr leider nicht ne aber naja ich höre mal leider an die leute die es aufgebaut haben die es jetzt leider wieder abbauen müssen ne die anfahrt kostet ja nix ne nö eigentlich nicht ne hübsche die 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 Ja. Ah, sogar noch mit dem Pixie Alga-Tel 4 aufgenommen, ne. Das uralte Handy habe ich jetzt nicht mehr, aber irgendwo in meinem Büro, irgendwo, in meinem zweiten Büro in einem anderen Kaffee, aber naja. Stimmt, das Volksfest ging da ungefähr ein paar Tage schon, da sind wir dann zum Volksfest gegangen, ne. Ich war ein Riesenrad mit meiner Bekanntschaft, ne, mit meinen Arbeitskollegen und mit meiner Freundin, ne. Das war ganz cool. Der Ausblick von oben, ja, nice, aber naja. Doch, mit meinen Arbeitskollegen war ich da und mit meiner Freundin, ne. Ja. Es ist ja noch spannend, oder wie, ne. Da hat man von oben einen schönen Ausblick nach unten, ne. Da sind die Menschen voll klein und diese Geschäfte voll groß, ne. Da kannst du bis zum Fernsehenturm oder generell auf die Straßen schauen und ja. Okay, lütz. Da gibt's bestimmt noch mehr. Das ist auch ein Quatsch, ne. Wieso tun sie sowas im Land spüren, ne. Da war doch nix. Ja, gut. Können vielleicht an der Musik gelegen haben, aber naja. Ja, okay. Dann kommen wir jetzt zum vorletzten wahrscheinlich, ne. Und zwar Stadtrum, ne. Doch. 20 Minuten 19 und zwar Stadtrumgang im Karlsport. Das war in der Tschechei. Vor einem Jahr, ne. Vor zwei Jahren schon, ne. Und ja. 20 Minuten 19 und zwar Stadtrumgang im Karlsport. 20 Minuten 19. Das wollen wir verwenden und öffnen. Und ja, viel Spaß. Gut. Das war letzt, ne. Wunderbar. Natürlich meine Bekanntschaft hier, ne. Meine Freundin hier. Ja. Na gut, da hatte ich schon mein 3C, Alcatel 3C. Da habe ich das 4er nicht mehr gebraucht, das Pixi 4erei. Ja. Tut sich ja was? Ne. Doch. Ja. Ja. Na gut, da hatte ich schon mein 3C, Alcatel 3C. Was man heutzutage noch alles findet, ne. Ist ja krass, ne. Ja gut, viel unterwegs waren wir ja. Da noch. Da war es ja noch in Ordnung. Nicht wie jetzt. Oh, Ausgängsbeschränkungen. Geht ja nichts mehr, ne. Aber naja. Die Grenzen sind ja auch schon zu, Alter. Das ist ja. Oh. War ja eigentlich gar nicht mehr so schlecht, ne. Mal ein neues Bundesland zu sehen, ne. Zack. Neues Land, ne. Ja. Kommt hier noch was? Ist ja Stadtumgang in Karlsbad, das war gut. Holla. Roch. Aber gute Bilder, ne. Haben wir Eis gegessen, man schlug. fast den ganzen tag sind auch mit dem regio shark gefahren das ist ja auch irgendwo draußen na ja dann kommen wir jetzt zum letzten ja noch was zu tun ja haben wir da irgendwas noch sind das andere achos habe ich das andere nicht in die playlist hinzugefügt kann man vielleicht hier schon aber das vielleicht hier finde egal ich schaue jetzt nicht rum okay ja das letzte mit 52 minuten 16 und zwar bw bewohner adventsfeier im luther saal in delsau im kaff aber naja das werden wir verwenden und öffnen und ja viel spaß von leidgen und abonnieren holz gehört gut 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 was denn jetzt im 5 scheiße wunderbar 12 aufrufe am sechzehnten 8 wie soll ihr auf stadt herumgang ich will doch hier rein Habe ich auch gerade gewundert. Das Gelaber interessiert mich nicht. Okay, 27 Aufrufe am 14.12.2019, also letztes Jahr Dezember, ne, das war gut. Da war es ja so eine Bewohner-Weihnachtsfeier. Habe ich mir gedacht, gehe ich da hin, nehme auf, ein paar Bilder, ja. Juhu, gratuliert den Heißagidorah 96. Ja. Ein bekannter von der Bewohnerin von mir, ne, oder Mitbewohnerin, ne, oder Chef natürlich, ne. Ist mir eigentlich relativ egal. Ich habe ja mein Freund noch gelebt, oder? Kommen wieder Erinnerungen hoch, naja, das Leben kann man nichts machen, ne. Fade, den gab es nicht. Geht lach. Grüße nicht, boos. Zum zweiten Mal nach unserer Kaffee miteinander und der Neu-Testaurant höchwein teilt. Es gab nie immer... Naja. Das letzte. Au, da waren sie meine Fußnägel nach oben, okay. Ciao, 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 ciao. Like und abonnieren, gut. Kein Spinn, gut. Vielen Dank.